Hallo, ich bin Daniele Ganser. Ich möchte euch allen ganz herzlich danken, dass ihr meine Videos teilt, dass ihr auch den Begriff Menschheitsfamilie immer wieder verwendet, dass ihr daran denkt, dass wir eigentlich die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen können. Ich kann leider nicht auf alle Anfragen reagieren, weil die Kommunikation extrem zugenommen hat, aber ich glaube, heute ist der Tag, wo ich einfach mal Danke sagen wollte.